Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Im letzten Video habe ich einmal hier diesen Balkon hier an dieses Haus dran gebaut. Und ich würde sagen, in diesem Video werde ich direkt mit einem neuen Balkon beginnen. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch Minecraft spielt und ob ihr Tipps habe, wie ich meine Spielfähigkeiten verbessern kann. Darüber würde ich mich immer sehr freuen und ich würde sagen, es geht jetzt direkt einmal los hier. Ich will die gerade... Ja, okay, jetzt lassen wir es mal so, damit wir nochmal ändern später. Aber ich gehe jetzt erstmal hier hoch und fange mit dem neuen Balkon an. Das hier gefällt mir nicht so richtig mit den Glasscheiben. Wenn es hier so offen ist, werden wir an der Wand irgendwie verbessern. Aber erstmal bauen wir hier den Balkon. Oh, so. Zack, 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 zack. Dann einmal hier. Ups. So, jetzt haben wir auch schon gleich die zweite Seite fertig von dem Balkon. Ähm, also die Begrenzung werde ich auch wieder mit Zaun machen, weil ich möchte jetzt nicht, dass das irgendwie, oh, anders aussieht als, ähm, ja, vorher. Deswegen werde ich es einfach immer mit dem Zaun machen. Vielleicht bei einem neuen Haus mal was anderes. Gibt es, denke ich, so bunte Zäune oder sowas? Weil, ähm, ja, so Holzfarben ist ja ein bisschen langweilig auf Dauer. Und ich möchte auf jeden Fall irgendeine Begrenzung haben beim Balkon, dass man da nicht runterfällt. Oder, ja, sieht einfach schöner aus. So, zack, zack, zack. Ich glaube, ich muss jetzt einmal wieder hochgehen. Ist dann einfacher zu bauen. So, zack, 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 zack. Bauen wir hier weiter. So, zack, 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 zack. Ups. So, dann haben wir fast den ganzen Balkon fertig. Jetzt nur noch hier. Dann fehlen hier nur noch die Begrenzungen. Ähm, ich weiß noch nicht, wie hoch ich dieses Haus noch machen werde. Also, generell, ob ich dann noch wie viel Etage nicht da drauf bauen werde. Vielleicht auch gar keine mehr. Vielleicht beginne ich da mit einem neuen Haus. Weil ich möchte eigentlich mehr so kleinere Häuser haben als so ein paar größere. Das finde ich irgendwie schöner. Keine Ahnung. Deswegen, glaube ich, reicht das jetzt auch mit der Höhe. Aber können wir mal schauen. Ja. Was so kommt. So, zack, 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 zack. Und fertig. So, jetzt können wir mit dem Zaun beginnen. So, jetzt sind wir mit dem Zaun. So, jetzt sind wir mit der Höhe. So, jetzt haben wir gleich das hier auch fertig und fertig, okay, ja, so sieht es gut aus. Wir gehen jetzt auch mal kurz runter und schauen uns das mal von unten an, wie das jetzt aussieht und ja, wie das so wirkt. So, einmal hier runter. Jetzt ist es schon ein bisschen dunkel geworden. So. Ja, sieht schon schön aus. Ich würde sagen, Leute, ich beende jetzt das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.